Herzlich Willkommen mal wieder seit langer, langer, langer Zeit mit einem Vorbesteller-Video, das sich wie immer in diesem Format nur um 80er, 90er Jahre Filme dreht, die demnächst hier in Deutschland auf Blu-ray erscheinen oder in irgendeiner Sonderedition. Wie immer ziehen wir uns hier zu Amazon mal ein bisschen näher ran und wir fangen hier an mit Top Secret, ein Film mit Wal Kilmer, der erscheint am 19. Mai 2022 natürlich. Für alle Fans so der Filme, die so in die Richtung die nackte Kanone gehen, kann ich den Film empfehlen. Ich habe von dem Film, glaube ich, die DVD noch im Regal. Ich war gerade überlegen, ob ich den digital habe oder auf DVD. Kann man sich durchaus ansehen. Also er ist nicht irgendwie Grütze oder so meiner persönlichen Meinung nach. Kommt allerdings auch jetzt nicht unbedingt an die nackte Kanone ran, aber er hält sich wacker, sagen wir es mal so. Als nächstes auf der Liste ein Film, mit dem ich bisher nicht so warm geworden bin, aber ich habe ihn jetzt auch noch nicht so oft im Player gehabt. Ich spreche jetzt mal auf Deutsch aus. Studio 54 mit Ryan Phillipp, Salma Hayek. Hat eine große Fanbase, der Film. Hat auch einen gewissen Kultstatus schon und ja, gibt es jetzt scheinbar wieder, also eine Neuauflage scheinbar wieder auf Blu-ray Disc. Wenn ich mir hier neben dran den Preis so ansehe, scheint es den schon mal gegeben zu haben. Scheint es out of print zu sein. Müssten wir ein bisschen mehr hinblättern, aber wenn ihr den Film noch nicht habt, könnt ihr dann schon bald ab dem 24. März hier zuschlagen für 1049. Endlich als Emery erscheint dann auch der letzte Mohikaner auf Blu-ray Disc von NSM. In dieser Variante allerdings nur mit der Kinofassung. Das sieht man hier zumindest schon mal auf dem Cover. Preis von 1449 finde ich ein bisschen hoch angesetzt. So ein 110er, 1049 oder so hätten es meiner Meinung nach auch getan, aber vielleicht tut sich ja da bis zum 14. April noch mal was beim Preis. Als nächstes haben wir hier die Outsiders Special Edition in 4K Ultra HD. 2799 ist schon nicht ohne. Ehrlich gesagt bin ich am grübeln, was uns jetzt hier präsentiert wird in der MRA. Da es sich hier um ein 2-Disc-Set handelt, aber hier oben steht 4K Ultra HD Blu-ray. Es kann ja nur entweder oder sein. Also für alle, die es noch nicht gesehen hatten. Ich hatte ja ein Unboxing gemacht zu der Limited Collector's Edition, von der ich sehr enttäuscht war und die dann auch direkt verkauft wurde wieder. Da gab es ja die Kinofassung und den Directors Cut auf 4K Ultra HD unter anderem. Wenn jetzt hier noch eine Blu-ray drin ist, dann kann da nicht der Directors Cut drin sein. Wenn wir jetzt hier ein bisschen runterscrollen, sind wir auch nur bei einer Stunde 31. Das müsste eigentlich die Kinofassung von der Laufzeit sein. Also da bin ich noch ein bisschen verwirrt, was wir hier geboten bekommen. Wenn es jetzt nur die Kinofassung wäre, wäre es ein bisschen schade. Ich hoffe mal nicht, dass hier Arthouse da jetzt wirklich nur die Kinofassung rauskloppt. Lassen wir uns überraschen. Am 7. April wird es soweit sein. Dann haben wir von Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo eine Mediabook-Variante, die am 7. April scheinbar erscheint für Schmale 1999. Also für alle, die den Film jetzt hier noch nicht kennen und noch nicht gesehen haben, noch mal eine Möglichkeit, den in der Sonderedition ins Regal zu stellen. Und da ansonsten kommen wir noch später auf den Film noch mal zurück. Dann von Kochfilms kommt, glaube ich, hier dieses Mediabook von Soldier Boys. Ein Film, der mittlerweile jetzt eine 16er-Freigabe bekommen hat. Der war ja wohl lange, lange Zeit sogar auf dem Index, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Den gibt es dann ab dem 26. Mai für 22,99. Und ein Umdenken gab es wohl auch bei, ist es noch Paramount? Also es war zumindest mal Paramount. Da hat man sich jetzt wohl doch dazu entschieden, nicht nur Beverly Hills Cop Teil 1 als 4K Ultra HD als Disc auf den Markt zu werfen. Nein, jetzt ist auch Beverly Hills Cop Teil 2 angekündigt für den 19. Mai. 24,99. Finde ich auch hier wieder ein 5er zu viel, aber das ist hier so eine Sache. Ich habe die Filme digital in 4K schon seit Längerem. Und das hat gerade mal irgendwie ein 10er gekostet oder 12 Euro sowas um den Dreh. Ich glaube aber irgendein Teil, ich glaube Teil 3 dürfte da noch als HD online sein, muss ich noch mal schauen. Bin ich persönlich noch unsicher, ob ich mir den in die Sammlung stelle, obwohl der auch noch ziemlich cool war. Vielleicht kaufe ich ihn mir noch mal, aber nicht für 24,99. Aber merkt euch mal den 19. Mai vor. Dann haben wir ab dem 7. April die Klapperschlange in 4K inklusive Blu-Ray als MRA Variante. Da werde ich nicht zuschlagen, denn ich warte seit einem Jahr auf meinen 4K Media Book und hoffe doch mal, dass das dieses Jahr im April dann endlich mal ankommt. Denn da ist auch immerhin seit einem Jahr das Geld hinterlegt. So, dann springen wir weiter zu Harley Davidson and the Marlboro Man in der 2. Disc Limited Collectors Edition im Media Book. Kann man sich ab dem 29. April zulegen für 25,99. Da muss ich allerdings sagen, da werde ich wahrscheinlich passen. Das ist jetzt nicht mehr ganz so mein Style, glaube ich. Allerdings werde ich mich noch mal genauer informieren. Nicht, dass ich den Film irgendwie mit einem anderen Film verwechsel. Und dann schauen wir mal, ob das Teil in meine 80er, 90er Jahre Sammlung wandern wird. Dann geht es weiter. Ja, habe ich vorbestellt, sehe ich gerade. Dieser Artikel erscheint am 24. März. Okay, ich wollte gerade sagen, ich bin mir noch unsicher, ob ich das Ganze hier mir zulegen werde. Aber da sieht man mal wieder. Ruckzuck wird da was in den Warenkorb gelegt. Am 7. Februar war das wohl bei mir der Fall. 81,99 ist schon eine Hausnummer für die Pate-Trilogie. Muss ich mir nach dem Video auch echt noch mal überlegen, ob ich die Bestellung aufrecht erhalte oder erst mal die Meinungen und Kommentare abwarten zu der Veröffentlichung. Ich habe mich hier aber schon mal bewusst, und das wird auch dann so bleiben, gegen die Collectors-Edition entschieden, die ebenfalls erscheint. Allerdings 153,99 kostet, also noch mal 70 Euro mehr. Das ist mir auf jeden Fall nicht wert. So viel schon mal dazu. Das hier dürfte die Digipack-Variante sein. Man sieht noch keine Bilder. Ich hatte jetzt vor kurzem aber auf Facebook aus Amerika die Edition gesehen. Falls die übereinstimmen sollte mit dieser Variante, ja, dann ist jeder Film in einem extra Digipack in dieser Box drin. Allerdings sind das wieder Digipacks, die den Namen nicht verdienen, auf den Bildern auf Facebook wahrzusehen. Man konnte das einfach aufklappen wie ein Mediabook, aber es war kein Buchanteil drin, wenn ihr versteht, welche Art von Edition ich meine. Machen wir aber weiter mit Nightwatch, Nachtwache, hier im Mediabook Cover B. Da gibt es noch andere Mediabooks dann. Für 28,99 werde ich hier aber definitiv nicht zuschlagen. Für meinen persönlichen Geschmack ist das kein Film, den ich jetzt unbedingt im Mediabook brauche. Dann hatte ich es ja vorhin schon mal angeteasert. Christiane F., der Kinder vom Bahnhof Zoo, kommt auch als 4K Ultra HD zu einem, ja, sensationellen Preis von 29,99. Würde ich hier nicht zuschlagen, dann würde ich eher für 19,99 das Blu-ray Mediabook nehmen. Es sei mir verziehen. Machen wir weiter. Auch ein sehr bekannter Film, das siebte Zeichen mit Demi Moore. Erscheint ebenfalls scheinbar in einem Mediabook. Wir haben hier Mediabook Cover B. Also gibt es schon mal mindestens zwei am 14. April. 29,99. Von wem kommt das Ganze? Von Koch Media. Oh, es sei mir verziehen. Da bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Allerdings werde ich hier auch noch dann ein bisschen warten. Oder ich checke mal den Shop von Kochfilms persönlich ab, ob da noch ein bisschen was am Preis geht. Also für einen Kochfilms-Mediabook werde ich persönlich keine 29,99 zahlen. Da wurden die Mediabooks schon deutlich günstiger angeboten. So, dann machen wir weiter mit sie nannten in Stick, mit Burt Reynolds in der Hauptrolle. Für Fans sicherlich eine Überlegung wert, ob man hier zuschlägt. 32,99. Ja, man muss fast sagen, Normalbereich mittlerweile bei den Mediabook-Preisen. Ich habe die M-Ray im Regal. Ich brauche zu diesem Film kein Mediabook. Für Fans von Freitag der 13. erscheinen die Filme dann am 13. Mai in einer M-Ray. Wieder die Discs untergebracht sind. Die Anzahl der Discs und so weiter, da dürfte noch nichts bekannt sein, soweit ich weiß. Wenn man sich anhand der Mediabooks orientiert, dürfte vom ersten Teil dann auch nur wieder das Remake drin sein. Ich glaube jetzt nicht, dass hier das Original von Teil 1 drin ist. Und ja, es sind wahrscheinlich auch wieder nur die R-Rated-Varianten. Das Thema müssen wir auch nicht wieder anfangen. Allerdings der Preis von 34,99, denke ich mal, ist da mehr als fair, wenn es die identischen Filme sind, die auch in den Mediabooks drin stecken. Dann haben wir hier noch die Hellraiser-Trilogie. Bekommt eine Neuauflage in einer 4-Blu-Ray-Disc-Edition. Natürlich Uncut mit Wendekover. Gut, mit Wendekover ist es schon mal keine Box, wie ich zuerst vermutet habe. Dann muss man mal abwarten, was da kommt. Kommt da eine M-Ray? Weil das hier sieht jetzt nicht unbedingt aus wie eine M-Ray, aber mit Wendekover, keine Ahnung. Oder es ist eine Box, wo man vorne ein alternatives Papier dann einfach abmachen kann und wegwerfen kann. Das Ganze kommt von Turbine-Medien. Vielleicht einfach mal bei denen auf Facebook ein Auge werfen oder auf denen ihrer Homepage. Da erfährt man bestimmt noch mal genaueres. Am 29. April, wie gesagt, ist es soweit. Ansonsten war es das jetzt erstmal mit den Retro-Vorbesteller-Tipps aus den 80er, 90er Jahren. Wenn ihr noch irgendwo was entdeckt oder entdeckt habt, lasst es mich in den Kommentaren hier unten drunter wissen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao.